in diesem video wollen wir funktionen untersuchen hier haben wir eine beispielaufgabe kompletten beispielen wir werden in dieser aufgabe hier die funktion untersuchen auf symmetrie die nur stelle brechen die funktion zeichnen in diesem intervall minus 2 bis 2,25 und auch mit der gegebenen nur stelle hier 0 und minus 0,5 die tangente der funktionsgleichung ablesen und natürlich rechnerisch auch berechnen wir fangen an mit der erste frage wir wollen hier die funktion auf symmetrie untersuchen um das zu schaffen müssen wir f minus x durchführen da haben wir zwei möglichkeiten wenn wir f minus x gleich minus f und x haben und dann werden wir sagen dass wir punktsymmetrie haben aber wenn wir f minus x gleich f und x haben also gleich wieder die funktion wenn wir eine axelsymmetrie haben f von minus x bedeutet denn dass wir dass wir x hier mit minus x einsetzen werden wir haben hier minus klammer auf minus x hoch 4 plus 3 mal minus x zum quadrat plus 2 mal minus x wenn man das hier hat ausklammen bekommt man minus x hoch 4 weil x minus x hoch 4 hier wird zu plus und da haben wir wieder x minus x hoch 4 plus 3x minus x zum quadrat x plus 3x zum quadrat und minus x mal plus hier werden minus x und mal 2 minus 2x dann sehen wir hier dass minus x hoch 4 plus 3x zum quadrat minus 2x ist ungleich die ursprüngliche ursprüngliche funktion und originale funktion und wenn man das hier ausklammert um diese form zu bekommen das heißt minus x ausklammen bekommen wir x hoch 4 minus 3x zum quadrat plus 2x und das auch ist ungleich minus f und x also da werden wir sagen f minus x ist ungleich minus f und x und auch ungleich f und x da sagen wir sagen wir sagen f und x hat weder eine完全 sympathie punkt noch eine achseln symmetrien jetzt für die zweite frage um die null stellen der funktion zu berechnen müssen wir diese bedingungen hier erfüllen f von x gleich 0 sein muss also dann nehmen wir die originale funktion minus x hoch 4 plus 3 x zum quadrat plus 2x gleich 0 Hier können wir x minus x ausklammen, das werden minus x, Klammer auf, x hoch 3 minus 3x minus 2 gleich 0. Und da sehen wir, wenn wir ein Produkt gleich 0 haben, das bedeutet entweder der eine gleich 0 ist oder der andere. Das ist, was wir hier haben, das heißt x gleich 0 oder x hoch 3 minus 3x minus 2 gleich 0. Und wenn man das schreibt, bekommen wir direkt unsere erste Nullstelle, x gleich 0. Und wir sehen, dass die Funktion, diese zweite Funktion, die wir hier haben, ist eine Kubikfunktion, aber hier sehen wir, dass wir nicht mit quadratischer Ergänzung oder auch mit pq-Formel oder alle anderen Methoden als quadratischer Gleichung brechen können. Um weiter zu kommen, durchprobieren, da haben wir festgestellt, dass minus 1 eine Lösung der Funktion dieser gleichen ist. Also das bedeutet, dass wir hier eine Polynom-Division durchführen werden. Und damit das x gleich minus 1 ist, würde man sagen, dass x hier plus 1, also die Funktion x hoch 3 minus 3x minus 2, wird hier durch x plus 2 dividiert. Und das ist hier die Division, die Polynom-Division. Wir haben eine normale Division, da haben wir hier x² mal x, bekommen wir x hoch 3, x hoch 3 plus x, wäre x hoch 3. Und wir subtrahieren die beiden hier, die beiden ersten Terme hier, x hoch 3 und minus hoch 3 gehen zu 0. Da haben wir übrig hier, minus x hoch 3, minus 3x. Okay, dann, um das hier zu berechnen, müssen wir hier minus x hier als Lösung geben. Minus x mal x wird minus x² und minus x mal 1, minus x. Und dann subtrahieren wir beide, bekommen wir minus x² und plus x² hier weggekürzt. Bleibt übrig, minus 2x in dem Fall, weil wir hier plus x haben, minus 3x. Und dann kommt minus 2 runter, wie in eine normale Division. Jetzt brauchen wir nur noch minus 2 als Lösung hier zu schreiben. Dann multiplizieren wir minus 2 mal x, wird minus 2x. Und minus 2 plus 1, minus 2. Da subtrahieren wir beide und bekommen wir 0, 0. Also, da bekommen wir in dem Fall hier, wir haben erstmal unsere erste Lösung, ist x gleich 0. Und die zweite Lösung ist x gleich minus 1. Weiterhin durchprobieren, ja, notieren wir, dass x gleich 2 auch eine Lösung ist. Indem wir f von 2 in der Gleichung, die der Funktion 1 gesetzt haben, haben wir 0 bekommen. Das bedeutet dann, dass x gleich 2 auch eine Lösung der Funktion ist. Wir machen eine letzte Polynom-Division in dem Fall. Die Funktion wird ja durch x minus 2 dividiert. Also, dann bekommen wir hier x, x mal x, x² und x mal minus 2, minus 2x. Wir subtrahieren die beiden. Die beiden x² und minus x² gehen zu 0. Und dann haben wir übrigens hier x, weil wir hier plus 2x minus x werden x. 2 kommen runter, minus 2x, und da haben wir plus 1, wie das f fühlen. Haben wir hier 1 mal x, x, 1 mal minus 2, minus 2. Und die beiden subtrahieren bekommen wir 0 und 0. Also, da sagen wir ähnlich, dass die Nullstelle der Funktion f sind. x gleich 0, x gleich minus 1 und x gleich 2. In diesem ersten Teil haben wir die Funktion bekommen. Sollten wir untersuchen, also die Funktion auf Symmetrie untersuchen. Wir haben hier f minus x berechnet. Und dann festgestellt, dass die Funktion weder Punktsymmetrie noch Achsensymmetrie hat. Und für die Nullstelle zu berechnen, haben wir diese Bedingung hier erfüllt. Da haben wir bekommen x gleich 0, x gleich minus 1 und x gleich 2, die als Nullstelle der Funktion f sehen. Hier geht weiter mit c und d in dem nächsten Video. Danke für's Zuschauen. Danke für's Zuschauen. A très gut. Au revoir.